Hallo und herzlich willkommen wieder zurück in Tamriel, Himmelsrand, Land der Nordnazis und Sturmbasschlappen. Ja, ich würde mal sagen, wir stehen auf, gehen in den Schleichmodus und arbeiten uns hier mal ein bisschen vor. Es arbeitet gleich nicht mehr. Wir wollten ja noch was machen danach. Lass mal gucken, ähm, die Feuersalze müssen wir noch bringen. Brauchen wir aber noch einen. Hoppala. Natürlich. Und dann halte ich mir den Falkenring. Falkenring könnte man mal gehen. Dann kriegen wir mindestens schon mal das Haus. Einmal kurz speichern. Naja, wäre so so gestorben. Ja, wäre so so irgendwann draufgange. Eins, zwei, drei, vier Stück noch. Hm? Mhm. Hoppala. Erwischt. Das kleine Schweinchen hier. Die sind beide jetzt da hinten. Ups. Da steht noch einer. Aber ich sehe ihn nicht. Doch, da ist er. Oder? Das ist eine Fahne. Ist denn hier noch einer? Hier ist doch gar keiner mehr. Also der andere Stinkstiefel hier. Entdeckt. Natürlich. Hat man uns entdeckt. Wir sind ja auch runtergestiegen. Einmal speichern. Einmal speichern. So, Jungs. Das braucht ihr eh nicht mehr. Äh. Ewige Heilung. Ich darf mal. Äh. Gegengift. Einmal zwei Stück. Oje. Blutige Lumpen. Gegengift. Lederstreifen. Dunninger mit Gürtel. Und Krankheitsheilung. Drei Stück. Den Rest dürft ihr gern behalten. Oh. Na Vogel. Lass ich mal ausnehmen die Weihnachtsgänse hier. Ich trage zu viel und kann nicht mehr rennen. Das ist schön. Halter im Haul, du Lappen. Mal gucken, was wir da drin haben. 96 Gold. Mhm. Ah ja. Äh. Die Eisentäusche kann ich nicht gebrauchen. 36. Äh. Die Eisentweihänder sind nichts wert. Uh. Die Böchen hier. Naja. Ich darf mal kurz. Oh. Gold. Fünf Stück. Hervorragend. Dankeschön. Was hast denn du so dabei? Den Fellbandshandschuhen nehme ich die Stiefel. Den Pelzhelm. Naja. Die Pfeile nehme ich dir ab. Die Stahlpfeile. Äh. Ist eigentlich nichts wert. Ne. Ist nichts wert. Äh. Salz hat er noch dabei. Sieh mal einer an. Tuniger mit Gürtel kann er auch behalten. Das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Den Eisenstreitkolben. Hier liegt noch einer. Äh. Das gleiche in grün. Den Helm. Den Helm. Feldschild. Pfeile des Feuers. Stahlpfeile. Todespfeile. Äh. 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 Ja. 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 Kann man nicht hier brauchen. Tut mir leid. Wieso ist die eigentlich nicht rot. gut. Sondern nur die hier. Ah. Mein Pfeile hätte ich doch äh ganz gern wieder. Ja. Du weißt. Ja. Talos strafe euch. Der auch. Uh. Über der Stirn. Überm Auge. Hab ich ihm das Ding verpasst. Was man aufkriegt. Das ist eine schöne Knollnase von mir. Upsala. Geht das Ding eigentlich durch? Ja es geht durch. Wie wäre es wenn ich denn noch so einen schönen Schuss in die Eier verpasse. Oder so ein zweites Arschloch vielleicht noch. Naja. Hm. Da fand ich noch was. Ein Sturmmäntelchen. Stimmt ja. Da fand ich noch einer. Äh. Des Feuers. Des Todes. Das Gold nehme ich dir ab. Die Feldstiefelchen. Und das hier. Äh. Den Schuppenhelm. Ich weiß ja nicht. Oh. 175. Schleipfeile. 150 dafür. Aha. Der Rest ist irgendwie nix wert. Oh. Und Bär haben sie auch platt gemacht. Oder hab ich den schon platt gemacht. Übrigens. Wir haben ja unser Lacher oben noch. Ich gedenke auch. Es zu lassen. So wie es ist. Mal gucken. Ob das funktioniert. Äh. Äh. Rennt er da unten rum? Oder? Ja. Der rennt da unten rum. Hier rennt er rum. Nein. Du bist so langsam. Opa. Zu langsam. Nein. Falsche Taste. Und dann nehmen wir mal. Blö 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 blö. Mark Location. M. Ja gut. M. Nein. K. Pflaume. Äh. Was schreibe ich denn da? Schreibe ich Zeltplatz. Hä? Kann ich das eigentlich raute? Okay. Ja ja. Ist schon klar. Gut. Hat er übernommen. Du kannst dich schon gleich mit einem Fernseher nennen. Ach ne. Schau mal droniert. Echt? Äh. Willst du davon auch noch ne Höhle? Uh. Palla. Wo ist sie mir eigentlich grad? Äh. Äh. Ja. Beinbrecherhöhle entdeckt. Äh. War net irgendwas von ner Beinbrecherhöhle? Ähm. Wir sind ne Verschiedenes. Beinbrecher. Ne ne. Feuersalze. Jaspeitrauben. Gefährten. Agna. Drachenblut. Schwarzer Stern. Sprich mit Nelakar. Habe ich aber keine Lust drauf. Werde ein. Ne. Werde ich nicht. Finde den Schrein von Poetia an. Verschaffte Zutritt zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Schade. Ne. 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 Aber hier war doch. Es sieht ja auf jeden Fall nach Abgeschworenen aus. Ne. Warte mal. Wir müssen. Blöde Kamera. So. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zurück nach äh. Ding gehen. So. Mal zurück nach Lifton. Hier ist natürlich keiner ne. Weil es äh. Frühmorgen oder Spätabend oder was der Geier. Mittags. Neblig. Nein. Warum seid ihr in. Es ist 5.37 Uhr. Am Abend. 18 Uhr. Die Arbeit in der Fischerei von Lifton ist hart. Aber sie bringt etwas Geld in meine Tasche. Bei mir gibt es das Beste. Was habt ihr zu verkaufen? Das was ihr hier seht. Da ist ja doch noch jemand. Ähm. Äh. Butter hat sie dabei. Ich liebe dich dafür. Und Salz. Mh. 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 Sonst hat sie eigentlich nichts mehr. Doch Milchgruch hat sie. Hier guck mal Milchgruch. Ich liebe dich dafür. Du kriegst. Butter kriegst du von mir. Und äh. Cannabis kriegst du nicht. Eher friert die Hölle zu. Die Pfeile kannst du haben. Die Eisenstreitechste. Kasselische Bogen. Die Krummsäbel. Langbogen. Nesselfluch kriegst du nicht. Das kriegst du. Die orkischen Teuche. Die Stahlteuche. Och. Weg damit. Stahlkriegsachs. Die Pfeile. Hoppala. Äh. Stahlschwerter. Stahlstreitkolben. Die Vulkanpfeile. Stahlzweihänder. Der Himmelsschmiede. Ein fort mit dir. Ebenerzpfeile. Aha. Kann ich den eigentlich noch gebrauchen? Ja gut. Behalten wir mal. Wuhu. Gut. Äh. Das Eisenschild. Fellarmschienen. Fellpanzerhandschuhe. Fellrüstung. Fellrüstung. Fellstiefelchen. Äh. Die Handschuhe. Den Hut. Den goldenen Ring. Der nix macht. Weg damit. Pelzarmschiene. Pelzhälbchen. Pelzrüstungen. Und Pelzschild. Für sieben. Toll. Ähm. Schuhe hätte ich noch. Die Schmiedeschütze hätte ich. Die Stiefel. Oh. Hoppala. Das wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich den Stiefel noch verkaufen. Pfff. Faltet euren Magen gefüllt. Und eure Schultern stark. Ach du lebst ja immer noch. Wollt ihr etwas kaufen. Verkaufen. Verkaufen. Du bist ziemlich unfreundlich. Bei dir kauf ich nix ein. Bei dir verkauf ich nur. Das ist die Strafe. 1500. Kriegst die Schaltpfeile. Hier. Guck mal. Ja. Ähm. Die Kaiserliche Leichte. Rüstung. Stiefel. Belt Schild. Die Magierrobe für 77. Weg damit. Ich kann ja nicht jeden Schrott gebrauchen. Oh. Die Schuppenhelme. 704. Ja. Die Stiefel dazu. Den Granatring. Die hier. Für 48. Hat sie noch zwei übrig. Dafür kriegst du von mir. Hier. Guck mal. Aldowein. Hier. Schenke ich dir den Rest. Besauf dich auf mein Wohl. Ihr findet mich auf dem Markt. Das was ihr hier seht. Das was ihr hier seht.